Stellt die Anzahl der Kerzen auf Ihrem Geburtstagskuchen wirklich Ihr Alter dar? Oder könnte es sein, dass sich Ihr biologisches Alter vom chronologischen unterscheidet? Betrachten Sie die Kerzen auf Ihrem Geburtstagskuchen. Spiegeln Sie wirklich Ihr wahres Alter wieder? Oder könnten Sie biologisch jünger sein, als Ihr Pass verrät? Diese spannende Frage führt uns in die Welt der Epigenetik, einem Forschungsbereich, der unser Verständnis vom Altern revolutioniert. Dank epigenetischer Tests, wie sie von Unternehmen wie Epiage durchgeführt werden, ist es nun möglich, durch eine einfache, anonyme Speichelprobe mehr über unser biologisches Alter zu erfahren. Diese Tests untersuchen die Methylierung unserer DNA, einen Vorgang, bei dem chemische Veränderungen die Aktivität unserer Gene beeinflussen, ohne ihre Sequenz zu verändern. Ein solcher Test hat ergeben, dass eine Person, die chronologisch 54 Jahre alt ist, biologisch lediglich 38 Jahre zählt. Aber wie kann eine solche Diskrepanz erklärt werden? Die Antwort liegt in einer bahnbrechenden Technologie. Bio-Photonen, Lichtpflaster, die von dieser Person seit etwa 5 Jahren angewendet werden. Diese Pflaster nutzen das körpereigene Licht, um den GHK-CU-Spiegel im Körper zu erhöhen, ein Peptid, das wesentlich zur Aktivierung von Stammzellen beiträgt. Stammzellenprozess umzukehren. Diese Methode, oft als Hollywood-Verjüngung durch teure Injektionen bekannt, wird durch die Lichtpflaster auf eine noninvasive, chemiefreie Weise zugänglich gemacht. Das Ergebnis? Eine Person, die nicht nur jünger aussieht als vor 10 Jahren, sondern auch einen signifikanten Beweis für die Effektivität dieser Altersumkehrtechnologie darstellt. Die Forschung und Anwendung dieser Lichtpflaster zeigt uns, dass biologisches Altern umkehrbar sein könnte und eröffnet eine neue Perspektive auf das, was wir als Alter verstehen. Wenn Sie von dieser Möglichkeit fasziniert sind und Ihre eigene Altersumkehr beginnen möchten, bieten wir Ihnen eine risikofreie Gelegenheit, die Lichtpflaster selbst zu testen, mit unserer 30 oder sogar 90 Tage Geld-Zurück-Garantie, haben Sie nichts zu verlieren. Besuchen Sie unsere Website, um mehr Informationen zu erhalten und den ersten Schritt auf dem Weg zu einem jüngeren, vitaleren Ich zu machen. Dort finden Sie auch den Link zu Ihrem epigenetischen Test. Stellen Sie sich vor, Sie könnten tatsächlich die Uhr zurückdrehen und den Alterungsprozess umkehren. Warum warten? Entdecken Sie mehr auf unserer Website und beginnen Sie Ihre Reise heute.